moin moin und da sind wir wieder zurück probieren es noch mal beiden vorgaben wir jetzt sortiert ich habe schon gedrückt ich habe gerade kein lager gerät ich hatte auch das machen ja ich sage halt jetzt etwas links ich kann mich aufladen ist der aufladung aufladung aber danach bin ich wieder doch ich habe wieder ich habe mich schon da diesmal sind wir weitergekommen ich überlege ob es nicht besser ist sich langsam durch zu klöppeln die sind zu stark einmal kann das auf das tor ist möchte jetzt wissen wir drücken die daumen das problem kommt gleich erst das sind viele lieben dass du schon richtig frage ist kriegt man so ein bisschen einzig pult wir können versuchen uns mal durchzukämpfen ist ja auch ein weg wert ist ja jetzt nicht so als dass wir beim beim letzten mal dass sie so schnell wie der nacht bohren dass du gar nicht der man muss dann schon in der vorwärtsbewegung bleiben gab dann nicht zu lang verharren das muss dann schon damit schließlich vorwärts gehen das ist die frage ob das wirklich passt das kann man schauen also ich versuche den linken oder von melding mit mit einmal und ich habe auch heute okay ich lade auf so neun nehmen ja das hat mir dicke klaut so okay dann ich kann nicht ich auch nicht ich habe aus versehen weil er mich verdrückt die diese abscheulichkeiten scheint das ganz ziemlich wirklich los gut ich gehe kurz mal reprobieren noch dann haben wir mal drauf und schauen was passiert stellen wir fest klappt alles nicht also eigentlich zwei messe eigentlich müssen wir uns komplett durchsetzen können so mit schleier und lassen und sichtbarkeit müsste eigentlich auch gehen aber wir können jetzt auch einmal fallen ich wollte gucken ob es vielleicht gibt es noch einen dummen weg so soll ich die erste spinne einfach mal anholen hier jetzt okay du bist vor ich darf die beiden bitte kurz mal aus dem Ausdruck kommen Wenn der Weg weggekann, ich hab ja noch echt ein Messer im Augenblick Fuck Und was kommt hier hinterher? Ja, ich bin auch fuck Gut Okay Wir holen uns immer Ja, die spawnen schon da Die spawnen schon da, ja Ja Wir können mal in Outfall gehen, dann können wir ja auch eine Woche lang gehen So, es hält sie gleich nochmal durch, wenn wir hier Outfall sind Da die eine Spinne noch Ja, noch ein paar mehr Die geben nicht mehr Erfahrung Nee, nee, die geben gar nicht Nur Aua Und gefehlt nur Aua, ja So, ich tue auch nochmal mein Hörnchen rein So, ich tue auch nochmal mein Hörnchen rein Ja Mit Ladegericht und durchrennen Hm? Ja, du kannst ja mit zwei Karte irgendwie wegschubsen Mitladung, dann entlehnst du dich Okay Können wir auch probieren Können wir auch probieren, ja Immer mal wieder welche mitnehmen Ja, immer einer nacheinander immer, würde ich sagen Ja Ich beginne mal Schauen wir mal was passiert Aber ich mache es auch nur dann, wenn es um die Ecke sind Solange man noch laufen kann, würde ich laufen Und Und Okay Ladegerät ist verschwunden Sehr blöd Lass mal hier hinten in die Ecke rennen Ja Hier ist nix Hier kommt, hier spawnt, spinn Hier in der Ecke spawnt gar nix Die paar, die nachkommen, die bringen wir jetzt um Ja Oh scheiße Ab hier gibt es auch keine Ladegeräte mehr So Ne Mit dem Kohlen kommt unsere Söhne bis hier Und da ist es gar nicht verkehrt Aber hier sind auch die Dinger, die halten die Spinnen auf Hier, dass sie Sieht ihr erst da oben Hier geht es nicht weiter Schade Oben rum Hier sind jetzt diese Idioten, ne Ja Und da können wir jetzt probieren, zusammen tatsächlich zu fighten Bei Ja Ja Okay, dann schieße ich an Ja Die sind ja plötzlich da, oder? Ja, die sind ja plötzlich da, oder? Und Alter Ich will einen sofort Boah Ich bin in der Ecke Ich bin in der Ecke Wenn ich hier doch Hier Der eine hat noch Und Oh Aus Brauch Aus 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 die dinge sind ganz fies so schießen an den pokken den aber an oder schon dran okay so dass das nächste ich habe ja okay ich schieße an also ja ich weiß gewollt da kommt eine patrouille und warum zu hau wo ist der kerl hin da ist er der ausweich und jetzt um den kleinen chess in anführungszeichen ok also wir müssen ja nicht alles so dass wir weiterkommen und links lang einfach links umzahlen jetzt kommen wir vielleicht um ein zwei sachen von den toten auge da an der ecke das ist schon gesehen da da ist ein anderes der ist weg einer ist schon dahinten gecold da war mal die berserker hier ja jetzt wird der nicht dran den toten auge kommt auch ja wenn da wenn da was klingt der an au au ja man muss den dort scheiß scheiß okay okay ok weiter links da hinten ist noch mal ein toter aufgeräte ich hole ihn ran ok dort dort hat geklappt aber du hast dahinter er hat mich nicht sofort getötet es ist ja hier sind wir durch war das wie die springladung hier zündet man die springladung hier ja ja macht das mal guck mir das war in sich ihrer entfernung so kommt ja ja sagt mir schon einmal festhängt dann ist gar nichts näher kommen wollen und ohne waren jetzt ein bisschen sportfix so jetzt irgendwie links halten muss man ja schon genug zeit vergabelt ja oder ach gegenüber den ersten geht das noch verweis wie der fahrrad geht aber genau wir sind schärf hier heute mitnehmen auch orientiert wird wohl kann auch eklig werden nach der schuldigkeit die abscheulichkeit also auf jeden Fall wenn dann keiner da rückwärts in diese lindwürmer rein wenn wir die jetzt angehen diese abscheulichkeit ja ich sehe gar keine lindwürmer ach da ok lindwürmer 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 oder wir machen erst hinter uns weg aber auf jeden fall rennt keiner rückwärts da rein egal was ist da ist ein champion lindwürmer ja der ist auch eklig ja der ist nicht richtig schnell gifthoch ich glaube wir gehen der einzige weg ist vorwärts der werte sofort das wieder extremer ist dann schaden das heißt sofort ganz nah ran an den gegner ok 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 ready ja ready durchlaufen für speed pc ist weg cc ist wieder da und wieder weg ja so kann ich auch nicht auf mein geist klicken ok ich komme durch der haus holt dort ja ja sehr schön hier waren mossad artefakte aber sie sind geplündert worden sie sind uns voraus ich fürchte diese alten schriften werden die geheimnisse der mossad enthüllen so ging aber doch was haben wir hier jetzt dann ah jetzt haben wir auch wieder eine wegmarker wegmarker was wollen wir denn jetzt hin ist denn betäubungsgewehr da unten durch durch die mitte doch keine ahnung ich nehme es mal mit wir sehen es schon bei mir wir sehen es schon bei mir es ist schon bei mir es ist ja ich habe da kämpfen wir uns durch das war relativ erfolgreich kämpfer betäubungsgewehr war nur einmal bis jetzt nach dem schimpf gesehen aber eigentlich haben wir ja auch so locker hat diese Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich freue mich, wegschießen. Wenn sie mir zu nah dran sind, kommen sie weg. Die sind bunten Leichen. Ja. So, jetzt haben wir bestimmt wieder die Dings da. Okay, ich schieße mal den ersten an. Ich schieße mal den ersten an. Ich habe das Ziel im Blick. Ich bin schneller als ein Tentower. Und wenn ihr mein Segen, also wenn ich es vor Runden mache und es geht da drin, dann kriegt ihr echt viele Segen. Die solltet ihr euch nicht aufholen. Ja. Wenn ihr irgendwo nicht geht, kriegt ihr nicht. Ich bin mühe, um mit ranzukommen. Das ist so zuerst den Champion. Ja, den Champion, ja. Er ist das andere Teil, das Wachgeschwind. Ja. Okay, Champion. Entschuldigung, ich habe das. Ah, oh. Oh, was geht denn? Oh, ey. Was halten wir denn hier? Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. So, da ist nochmal ein geschütztes Recht. Ja, das würde ich zuerst. Ja. Weg. So. Okay, jetzt kommt du ein Geier. Da hinten ist wieder ein Geschütz. Ach, jetzt sind die Scheiße. Ich bin schneller als ein Tien Tower. Ich versuche mich gerade kurz auf das Geschütze zu konzentrieren. Oh, die Vögel sehen uns vorne zu schnell wieder. Da, dann weiter. Ja, zum Geschütze und Olli da links. Schützes Tod. Ich glaube, das ist ein Pet, äh, ein Gegner, die spawnen. Also, hinter uns spawnen die Gegner nicht. Nicht, diese Adler. Die Adler. Geil, ja. Hey, hey, ich glaube, das ist irgend so ein Jäger oder wie der heißt, der die macht. Ja, das kann gut sein. So, ich outrange tatsächlich. Dieses Wachgeschütz, das dauert noch ein bisschen. Ist weg. Okay. Das ist ein Oller-Magier, der macht ganz schön Auer. Ja. Oh, voll. Wo ist denn jetzt? Ich darf. Gut fahren. So, jetzt noch die beiden Abscheulichkeiten. Das habe ich versorgen. Komm, wahrscheinlich beide. Komm, beide. Da unterbrochen. Frage ist, ob wir jetzt wieder gegen den Dicken kämpfen müssen. Ja, ja. Oh, ja, ja. Na, super. Aber vielleicht erinnert er sich ja auch an uns und... Haut ab. Ich habe meine Zweifel. Wir müssen bestimmt jetzt etwas näher ran, damit er... Also zuerst dann ganz unter den Füßen stacken, ne? Die ersten 25 Prozent. Ja. Ach so, ich habe das Video weggedrückt, weil wir das kennen. Ja, ich auch. Okay. Okay. Na, dann mal los. Boah, die fliegen, ey. Der hat sich halt lange nicht geduscht, ne? Hatte ich jeden schon. Der hat mir leider nichts angezeigt. Ja, das ist nicht so. Das ist zu zählen. Das kann man ja auch gar nicht so schnell sehen. Das ist... Das ist nämlich komplett super hoch. Ach, danke. Noch stehe ich, noch stehe ich. Weg, 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 weg. Ja, 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 jetzt. Jetzt bin ich tot, ich nehme eine Kugel. Was tut du? Ich kann doch nämlich den Geist machen. Mist. Komm hoch. Ah. Ich alles sterbe. Boah, echt? Ja, jetzt bin ich ganz... Ja, da vorne kann ich hingehen. Jetzt ist er wieder auf 100%. Ja, jetzt könnt ihr auf porteln, glaube ich. Jetzt könnt ihr auf porteln. Ja. Nee. Kampfs. Ach so, wir sind noch nicht... Lass mal ein Stück rausgehen. So, jetzt kann ich raus. Ups. Ein kurzer Weg. Jetzt nur auf den richtigen Weg finden. Okay, da lang. So. An der Stelle auch mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Tschö. Tschö.